In diesem Tutorial werden anhand kurzer Beispiele vier Ausgangssituationen gezeigt, aus denen man eine Zeitortgleichung aufstellen kann. Und das sind genau die vier Fälle, die für Klausuren bzw. Abiturprüfungen von Bedeutung sind. Bevor wir aber zu den Beispielaufgaben gehen, wäre es vielleicht wichtig, ein paar interessante Eigenschaften einer Zeitortgleichung zu wiederholen. Also, eine Zeitortgleichung ist natürlich eine Geradengleichung, die zum Beispiel die Flugbahn eines Objekts in Abhängigkeit von der Zeit beschreibt. Das heißt, dieser Parameter t, was ihr vor dem Richtungsvektor sieht, ist eigentlich ein Zeitparameter, der zum Beispiel hier in Minuten angegeben wird, aber es kann natürlich auch in Sekunden oder Stunden sein. Und die Zahlen, die ihr hier seht, können zum Beispiel Angaben in Kilometer sein. Das heißt, eine Längeneinheit entspricht dann 1 Kilometer, aber es können natürlich auch Meter oder was anderes sein. Die Tatsache, dass der Parameter t ein Zeitparameter ist, hat allerdings noch eine andere wichtige Bedeutung. Und zwar, es bedeutet, dass die Geschwindigkeit, mit der sich dieser Objekt bewegt, bereits in dieser Gleichung mit berücksichtigt wurde oder sozusagen reingerechnet wurde. Und wenn die Geschwindigkeit schon hier in dieser Gleichung drinnen steckt, wäre es natürlich wichtig zu wissen, wo es genau ist. Das ist natürlich der Fall beim Richtungsvektor. Also der Richtungsvektor ist eigentlich ein Geschwindigkeitsvektor. Und wenn man jetzt die tatsächliche Geschwindigkeit ausrechnen möchte, also den Wert dieser Geschwindigkeit, muss man praktisch den Betrag oder die Länge des Richtungsvektors ausrechnen. Oder vereinfacht formuliert, die Länge des Richtungsvektors bei einer Zeitortgleichung ist genau die Geschwindigkeit, mit der sich dieser Objekt im Raum bewegt. Einen kleinen Hinweis noch an dieser Stelle, für den Fall, dass ihr Schwierigkeiten hattet, mir zu folgen bis hier. Entweder oben rechts unter den I-Punkt oder am Ende dieses Videos im Abspann findet ihr auch ein ausführlicheres Tutorium zum Aufbau und Eigenschaften einer Zeitortgleichung. Das könnte dann bestimmte Sachen automatisch klären. Am Ende dieser Übersicht kommt jetzt ein kurzer Abschnitt, der nicht unbedingt notwendig ist für die Lösung der Aufgaben. Damit würde ich sagen, ihr könnt die kommenden Beispielaufgaben höchstwahrscheinlich bearbeiten und wiedergeben, ohne ein tieferes Verständnis für diese Zeitortgleichung zu haben. Allerdings, für diejenigen von euch, die Interesse und ca. eine Minute Zeit haben, würde ich gerne den Aufbau einer Zeitortgleichung ein bisschen genauer anschauen oder erklären und natürlich auch die Verbindung zwischen einer Zeitortgleichung und einer gewissen Formel aus dem Physikunterricht zeigen. Diejenigen von euch, die sich sowas nicht antun wollen, können gleich unten auf der Zeitachse zu dem nächsten Kapitel im Video springen bzw. zu der ersten Beispielaufgabe. In diesem Abschnitt werden wir uns anschauen, was genau die Tatsache bedeutet, dass der Richtungsvektor ein Geschwindigkeitsvektor ist. Dafür nehmen wir unser Gerade von vorher, also das war eine Zeitortgleichung, wobei t die Zeit in Minuten war und eine Längeneinheit einem Kilometer entspricht. Und dieser Gerade werden wir uns sehr vereinfacht als diese grüne Linie vorstellen. Jetzt gehen wir davon aus, dass sich unser Flugobjekt zu Zeitpunkt t gleich 0 genau an dieser Position befindet. Übrigens, die genaue Position könnt ihr auch sofort rauskriegen, indem ihr in unserer Geradengleichung für t hier oben 0 einsetzt. Dann verschwindet der Richtungsvektor und es bleibt natürlich nur das hier übrig. Und das kann man auch als Position oder als Punkt P mit den Koordinaten 15, 6 und 3,4 schreiben. Und jetzt gehen wir davon aus, dass sich unser Flugobjekt nach genau einer Minute an dieser Position bei t1 befindet. Das würde dann heißen, dass sich dieser Objekt dann genau um die Länge dieses Vektors auf der Geradengleichung bewegt hat. Was das Ganze jetzt mit der Geschwindigkeit zu tun hat, können wir sehr einfach nachvollziehen anhand einer einfachen Formel aus dem Physikunterricht, die ich jetzt hier rechts eingeblendet habe. Da steht V ist gleich s durch t. Übersetzt heißt das Geschwindigkeit ist das gleiche wie Strecke geteilt durch Zeit. Wenn wir jetzt diese Formel auf unser Sachverhalt anwenden, also V ist gleich s durch t, dann wäre die Strecke bei uns die Länge dieses Vektors V und deshalb Betrag von V hier dargestellt. Und die Zeit, haben wir bereits gesagt, ist eine Minute. Naja, wenn man jetzt die Länge eines Vektors durch 1 teilt, dann bleibt ja der Vektor selbst unverändert. Deshalb ist das auch der Grund, wieso die Länge des Richtungsvektors bei einer Zeitortgleichung auch der Geschwindigkeit entspricht. In diesem Fall in Kilometer pro Minute. Bezogen auf unser Zahlenbeispiel würde das heißen, Betrag von V ist Wurzel aus der Summe der einzelnen Quadrate. Und wenn wir das in den Taschenrechner eintippen und ausrechnen, geben wir raus 12,65 Kilometer pro Minute. Naja, ich merke gerade selbst, dass diese Erklärung ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen hat als eine Minute. Allerdings, welche Bedeutung dieser Sprung und genau eine Zeiteinheit auf so eine Zeitortgleichung hat, werdet ihr gleich bei den Beispielaufgaben sehen. Und wir sind jetzt bei der ersten Beispielaufgabe, das ich hier als Fall 1 bezeichnen werde. Und auch wenn es nach einer Menge Text aussieht, ist das die einfachste Situation, die vorgegeben sein kann. Also, überfliegen wir kurz die Aufgabenstellung. Ein Flugzeug befindet sich zu Zeitpunkt T gleich 0, wobei die Zeit in Minuten ist, in Punkt A. Die Richtung und die Geschwindigkeit des Flugzeugs können durch die Koordinaten, den Betrag des Vektors V beschrieben werden. Und natürlich lautet die Aufgabenstellung, wir sollen die Zeitortgleichung aufstellen. Also, wieso ist das die einfachste Situation? Ihr merkt schon, dass euch der Richtungsvektor als Geschwindigkeitsvektor durch die Aufgabenstellung vorgegeben ist. Das bedeutet, wenn ihr jetzt mit dieser Daten hier eine Geradengleichung aufstellt, ist das gleichzeitig eine Zeitortgleichung. Also, wir sagen dann, Gerade G, Doppelpunkt, Vektor X ist gleich. Als Stützvektor für unser Geraden wählen wir natürlich diesen Punkt A hier, das wir als Ortsvektor hinschreiben. 15, 6 und 3,4 plus ein Parameter T, das ist wieder unser Zeitparameter in diesem Fall, mal der vorgegebene Richtungsvektor. Und er lautet minus 4, 12 und 0,3. Und damit wäre die Zeitortgleichung in diesem Fall schon fertig. Der zweite Fall ist eigentlich auch nicht viel komplizierter. Ich überfliege kurz die Aufgabenstellung. Ein Flugzeug braucht von A nach B genau eine Minute. Was wir hier an dieser Stelle schon mal machen könnten, ist mit Hilfe dieser zwei Punkte eine Geradengleichung aufzustellen. Danach machen wir uns Gedanken über die Zeitortgleichung. Also, ich nehme jetzt einfach mal wieder als Gerade G. Vektor X ist gleich. Als Stützvektor für unsere Geraden wähle ich Punkt A. Also, und schreibe ich hier als Ortsvektor. 15, 6 und 3,4. Dann kommt plus T mal. Und als Richtungsvektor müssen wir natürlich den Verbindungsvektor AB nehmen. Das bedeutet B minus A gerechnet. Also, wir haben dann 11 minus 15 sind minus 4. 18 minus 6 sind 12. Und 3,7 minus 3,4 sind 0,3. Und das wäre dann eine Geradengleichung, die in erster Reihe die Flugbahn dieses Flugzeugs beschreibt. Jetzt stellt sich die Frage, ob dieser Gerade auch eine Zeitortgleichung ist. Naja, diejenigen von euch, die sich den einführenden Teil dieses Tutorials genauer angeschaut haben, sollten jetzt erkennen oder wissen, wenn zwischen dieser zwei Punkte genau ein Zeitschritt gibt, in diesem Fall eine Minute, dann ist dieser Richtungsvektor genau der Geschwindigkeitsvektor. Also dieser Vektor V, was wir am Anfang benutzt haben. Und das bedeutet automatisch, dass es sich hier um eine Zeitortgleichung handelt. Für diejenigen von euch, die sich diesen einführenden Teil am Anfang nicht angeschaut haben, versuche ich es an dieser Stelle ein bisschen vereinfacht zu formulieren. Und zwar, wenn man eine Geradengleichung durch zwei Punkte aufstellt und zwischen dieser zwei Punkte eine Zeitangabe von genau einer Zeiteinheit gibt, wie zum Beispiel hier eine Minute, dann stellt man immer automatisch eine Zeitortgleichung auf. Und das kann man sich auch auf diese Art und Weise merken, weil es auch immer zutrifft. Unser dritter Fall ist nur minimal schwieriger als der zweite Fall, den wir gerade gesehen haben. Ich überfliege kurz die Aufgabenstellung. Ein Flugzeug braucht von A nach B genau drei Minuten. Also das Einzige, was sich geändert hat im Vergleich zu der vorherigen Aufgabenstellung, ist die Zeitangabe. Ja gut, auch die Koordinaten der Punkte, aber das tut jetzt nicht zur Sache. Also, wir brauchen jetzt nicht eine Minute von A nach B, sondern drei Minuten. Trotzdem können wir am Anfang genauso wie vorher vorgehen. Das heißt, mit Hilfe dieser zwei Punkte stellen wir erstmal eine Geradengleichung auf. Und das mache ich auch hier. Also ich nehme natürlich wieder A als Stützvektor. Das sind in diesem Fall 2, 3 und 4. Plus T mal. Jetzt lasse ich ein bisschen Platz hier, und zwar mit Absicht. Und bilde erneut den Richtungsvektor zwischen den Punkten A und B. Also das bedeutet, ich rechne wieder B minus A. 11 minus 2 sind 9. 18 minus 3 sind 15. Und 1 minus 4 sind minus 3. So, wieso ich jetzt diesen Platz hier freigelassen habe? Naja, wir haben ein Problem in der Zeiteinheit. Damit dieser Richtungsvektor hier hinten ein Geschwindigkeitsvektor ist, müssen wir immer einen Sprung von einer Zeiteinheit haben. Das haben wir jetzt leider hier nicht. Wir haben 3 Minuten statt 1 Minute. Und aus diesem Grund müssen wir einfach das T, was wir hier haben, durch 3 teilen. Dann sind wir wieder bei 1 Minute. Und mathematisch kann man das Ganze auch so machen, indem man das Ganze hier mit 1 Drittel multipliziert. Also ob ihr jetzt T durch 3 schreibt oder mal 1 Drittel, ist das gleiche. So sieht es ein bisschen schöner aus, mathematisch gesehen. Und diese Gerade könnte jetzt natürlich auch ein bisschen zusammenfassen. Es eignet sich mehr zusammengefasst für kommende Rechnungen, als es so stehen zu lassen. Also das heißt, dieser 1 Drittel verrechne ich jetzt mit diesem Richtungsvektor hinten. Und wir haben dann 9 durch 3 sind natürlich 3. 15 geteilt durch 3 sind 5. Und minus 3 geteilt durch 3 sind minus 1. Und das jetzt hier hinten wäre sozusagen wieder unser Geschwindigkeitsvektor. Deshalb handelt es sich hier erneut um eine Zeitortgleichung. Der vierte und der letzte Fall ist natürlich auch der schwierigste Fall. Und vor allem für die Abiturprüfung von Bedeutung. Ich überfliege wieder kurz die Aufgabenstellung. Ein Flugzeug befindet sich zu Zeitpunkt T gleich 0 im Punkt A. Die Koordinaten sind hier alle in Kilometer angegeben. Und bewegt sich in Richtung des Punktes B. Mit der konstanten Geschwindigkeit von 150 km pro Stunde. Also die Zeit ist hier anhand der Geschwindigkeitsangabe in Stunden angegeben. Wie erkennt ihr, dass es sich eigentlich um diesen schwierigeren Fall handelt? Naja, sehr einfach. Es ist nirgendwo eine Zeitangabe zwischen dieser zwei Punkte A und B angegeben. Und außerdem, und das ist das Wichtigste, die Geschwindigkeit ist explizit in der Aufgabenstellung gegeben. Das bedeutet, wir müssen die Geschwindigkeit irgendwie in unsere geraden Gleichung reinbringen oder reinrechnen, sodass eine Zeitortgleichung entsteht. Für den Anfang unterscheidet sich die Vorgehensweise hier nicht wirklich viel von den anderen letzten zwei Fällen. Wir haben zwei Punkte und mit Hilfe dieser zwei Punkte können wir schon mal für die Flugbahn eine Geradengleichung aufstellen. Die natürlich dann keine Zeitortgleichung ist, weil sie keine Zeitangaben oder Geschwindigkeitsangaben berücksichtigt. Trotzdem hilft uns dieser Gerade dann weiter. Und wir müssen sie dann entsprechend in eine Zeitortgleichung umformen oder umwandeln. Also, wir haben dann Vektor X ist gleich. Selbstverständlich nehme ich wieder Punkt A als Stützvektor. Also 15, 6 und 3. Und weil es sich hier nicht um eine Zeitortgleichung handelt, nehme ich auch einen anderen Parameter. Ich entscheide mich für S. Und dann müssen wir nur noch unser Richtungsvektor bilden. Das ist dann natürlich wieder B minus A. Also 15 minus 15, 0. 30 minus 6 sind 24. Und 10 minus 3 sind 7. Gut. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt ist, wie bringen wir eigentlich diese Geschwindigkeit, die 150 km pro Stunde, und die Zeit in dieser Geraden rein? Na ja, sehr vereinfacht könnt ihr euch das Ganze so vorstellen. Wenn man mit Hilfe von zwei Punkten eine Geradengleichung aufstellt, ohne Rücksicht auf Zeit- oder Geschwindigkeitsangaben, dann ist dieser Parameter hier, das S, was ich hier hingeschrieben habe, eigentlich ein Streckenparameter. Also es gibt einen gewissen Streckenabschnitt auf dieser Gerade an. Und da hilft uns eine Formel, die wir bereits am Anfang in dem einführenden Teil angeschaut haben, hier auf der rechten Seite. Geschwindigkeit ist gleich Strecke durch Zeit. Das ist die kleine Formel und einfache Formel, die ihr aus dem Physikunterricht kennen solltet. Wenn man diese Formel jetzt nach S, also nach der Strecke, umstellt oder umformt, hat man dann für S T mal V, also Zeit mal Geschwindigkeit. Und genau das können wir hier an dieser Stelle nutzen. Also statt diesem Parameter S ersetzen wir das S mit T mal V. Und das bedeutet, wir kriegen für den Anfang eine andere Geradengleichung, die ein bisschen komplex aussieht. Also vorne ändert sich natürlich gar nichts. Wir haben dann 15, 6 und 3. Und statt S haben wir dann T, die Zeit. Dann die Geschwindigkeit, die könnten wir schon eigentlich einsetzen, 150. Und hinten hätten wir dann natürlich noch unser Richtungsvektor. Der bleibt ja unverändert. 0, 24 und 7. Und ich habe jetzt an dieser Stelle nochmal sauber die Geradengleichung von vorher übernommen. Allerdings auch diese kleine schlaue Formel, die wir jetzt benutzt haben, hilft uns nicht vollständig bei diesem Problem. Und zwar, wieso nicht? Hinten bei dem Richtungsvektor haben wir noch eine Sache, die die Gleichung, die Zeitortgleichung stört. Zur Erinnerung, bei dem einführenden Teil haben wir gesagt, wir müssen praktisch immer eine Zeiteinheit haben vorne. Und dann der Richtungsvektor muss dem Geschwindigkeitsvektor entsprechen. Die Geschwindigkeit haben wir ja schon mit 150 km pro Stunde. Das Problem ist, wenn wir die 150 mit diesem Vektor hier hinten multiplizieren, dann bleibt die Geschwindigkeit nicht bei 150. Die vergrößert sich natürlich durch diese Multiplikation. Und genau dieses Problem müssen wir wieder beheben. Das heißt, offiziell müssen wir hier noch einen Faktor finden, mit dem wir multiplizieren, sodass die Länge des Richtungsvektors 1 wird. Weil wenn wir dann 150 mal 1 multiplizieren, dann bleibt ja bei der Geschwindigkeit von 150. Und dieses Problem kriegt man, indem man hier hinten für den Richtungsvektor den sogenannten Einheitsvektor bildet. Zur Erinnerung, rechts auf der Seite, der Einheitsvektor ist immer ein Vektor mit der Länge 1. Das bedeutet, mit Hilfe dieser Formel, die rechts eingeblendet ist, könnt ihr ein Vektor kürzen oder verlängern, sodass ihr immer die Länge 1 hat. Na gut, dann schauen wir uns, was wir hier noch brauchen, um das zu erzielen. Naja, der Vektor A ist unser Richtungsvektor. Der steht ja hinten schon dran. Das Einzige, was wir noch brauchen, ist 1 durch die Länge des Vektors A. Und das ist nicht schwer auszurechnen. Also, das ist unser Vektor A hier. Den kann ich auch so bezeichnen. Und dann seine Länge ausrechnen. Mit Wurzel aus der Summe der einzelnen Quadrate dieser Koordinaten. Also, wir haben dann ausführlich ausgeschrieben, 0 hoch 2 plus 24 hoch 2 plus 7 hoch 2. Wenn ihr das Ganze jetzt in den Taschenrechner eintippt, habt ihr dann Wurzel aus 625, was wiederum 25 sind. Das bedeutet, die Länge oder der Betrag dieses Vektors ist 25. Deshalb schreiben wir jetzt vor unser Richtungsvektor hier ein 25. So, und diese Zahlen jetzt vor dem Vektor müssen wir miteinander verrechnen. Und das ist ja nicht kompliziert. 25 passt wunderbar in die 150 rein, und zwar 6 mal. Deshalb können wir es hier an dieser Stelle kürzen. Hier bleibt nur eine 6 übrig. Und jetzt, wenn wir die 6 mit diesem Richtungsvektor multiplizieren, dann haben wir eine zusammengefasste und gut aussehende Zeitortgleichung. Also, den Stützvektor übernehme ich natürlich unverändert. 15, 6 und 3. Plus t, nur mal so am Rande anhand der Aufgabenstellung, wäre jetzt die Zeit in Stunden bei dieser Aufgabe. Mal, und unser Richtungs- oder Geschwindigkeitsvektor lautet dann, 6 mal 0 ist natürlich 0, 6 mal 24 sind 144, und 6 mal 7 sind 42. Also, das wäre jetzt die Zeitortgleichung. Und auch wenn wir mit der Aufgabe schon durch sind, will ich noch eine kleine Bemerkung jetzt am Ende machen. Mir ist ja klar, dass den einen oder anderen von euch vielleicht dieser vierte Fall ein bisschen schwierig vorkommt. Wenn ihr Probleme habt, diese ganzen Begriffe auseinanderzuhalten, dann merkt euch nur vereinfacht den Lösungsansatz. Das heißt, in diesem Fall müsst ihr einfach nur den Parameter mit Zeit mal Geschwindigkeit, also das war der ursprüngliche Parameter hier, den haben wir mit S bezeichnet, mit Zeit mal Geschwindigkeit ersetzen. Und den Richtungsvektor müsst ihr auf diese Art und Weise, mit Hilfe des Einheitsvektors, auf die Länge 1 kürzen. Wenn ihr dann die Sachen miteinander verrechnet, dann habt ihr automatisch diese Zeitortgleichung. Zum Schluss noch ein paar Hinweise, die in Zusammenhang mit diesem Thema euch weiterhelfen könnten. Wie ihr bemerkt habt, während dieses Tutorials ist es unerlässlich, dass ihr die Eigenschaften der Zeitortgleichung kennt und euch natürlich auch ein paar anwendungsorientierte Aufgaben anschaut. Außerdem spielt sehr oft bei dieser anwendungsorientierten Aufgaben auch die gegenseitige Lage von Geraden eine Rolle und Richtung Abiturprüfung auch Themen wie Abstand-Win-Schiefergeraden beziehungsweise Winkelberechnung mit Vektoren. Wenn bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.